Ich mache noch einen. Du musst es machen, musst du machen. Du kannst eine Krone machen. Ja, ich auch. Das sind wirklich ganz, ganz hochkarätige Gäste. Der CEO fährt natürlich standesgemäss im Neusten Maybach. Und der zweite fährt am Schwarzen Maybach. Und der zweite fährt. Das ist eine zweite fähre. Das ist mal ein Convoy, das sind wirklich sehr sehr wichtige Gäste, vor allem da alle mit schwarzen Nimasinen, die müssen schwarz sein die Autos, das war eine Bedingung, bis auf den Maibach der Silber und Dunkelhaust, auch eine interessante Konstellation und schönes Fahrzeug So sieht es aus, das startet sich an Neu mit Fahrzeugen, die wirklich alle in einer Preislage liegen, im 6-stelligen Bereich mit allen Optionen, sehr luxuriös natürlich Wahnsinn diese 23er Felgen, ja 580er, wahrscheinlich das größte Geschoss von allen Edel soll die Welt zugrunde gehen Aber das wird halt so verlangt, das ist nicht der Weltwirtschaftsgipfel, dort ist es noch ein bisschen extremer Das ist ein grosser Event Mit ganz wirklich wichtigen Persönlichkeiten Unglaublich, habt ihr es gezählt? Ich habe bei 10 aufgehört zu zählen, habe ich da irgendwie verloren Aber es sind sicher mehr als 10 Autos 15 20 je nachdem 20 20 20 22 22 25 Vielen Dank.